Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite Shop vom heutigen Tag. Doch bevor ich jetzt hier auf den neuesten Shop gehe, wollte ich einfach mal ganz kurz sagen, dass ihr gerne meinen Kanal abonnieren könnt, wenn ihr keine Videos mehr zu dem Shop verpassen wollt. Das würde mich auf jeden Fall auch echt mega freuen und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal direkt auf den neuesten Shop vom heutigen Tag. Jetzt sind wir auch schon im neuen Shop vom heutigen Tag und wir sehen direkt hier einen neuen Skin und zwar gibt es jetzt hier den Dark Bomber Skin. Der Skin heißt hier im Shop Finster Bomber und den zeige ich jetzt mal direkt hier. Und das ist dann hier der neue Skin, die böse Version vom Farben Bomber Skin und auf den ersten Blick sieht das echt verdammt krass aus. Der ist so animiert hier mit diesen Schriftzügen, die vom Würfel hinterlassen worden sind und das sieht einfach nur krass aus. Der hat hier auch ein Rückenteil und zwar diese Tasche hier und das ist jetzt so gesehen hier die böse Version von der Tasche und mir gefällt der neue Skin hier auf jeden Fall echt verdammt gut. Zu diesem Skin gibt es aber jetzt auch eine neue Hacke und einen neuen Gleiter und das hier ist die neue Hacke, das ist der Donner Ross und das ist halt jetzt so gesehen hier ein böses Land. Und diese Hacke sieht einfach nur heftig aus wie ich finde und der Ton hört sich hier so an. Ja und beim Aufschlag kommen ja auch diese Farben raus und das sieht einfach nur krass aus wie ich finde. Mir gefällt die Hacke sehr sehr gut und das hier ist dann der Gleiter und auch dieser Gleiter hat hier oben diese Schriftzüge drauf und mir gefällt dieser Gleiter sehr sehr gut. Der kostet auch nur 500 Debugs und für den Preis kann man da echt gar nichts gegen sagen, der ist halt ebenfalls so animiert. Und auf jeden Fall sind das hier dann die neuen Gegenstände und ich muss sagen das gefällt mir alles sehr sehr gut. Bei den täglichen Gegenständen sehen wir an erster Stelle das Breakdancing Mode. Ja ein ganz cooles Mode was schon sehr sehr lange im Spiel ist und dann sehen wir hier noch den strahlenden Stürmer. Auch dieser Skin ist relativ alt und der sieht eigentlich noch mal ganz okay aus. Den Skin würde ich mir aber nicht kaufen, weil 12 Euro ist da ein bisschen zu viel für. Dann ist hier der Warthog Hellengleiter und das ist auch hier ein ganz cool Hellengleiter mit diesem Startmodell und ist auch nichts besonderes. Wem dieser Look aber gefällt, der kann sich den heute auf jeden Fall holen. Und dann ist hier noch die Glücksjägerin und das ist hier der weibliche Skin aus dem Stiegelspürset. Und gestern war ja auch der Gleiter im Shop und heute gibt es halt wieder ein Skin davon im Shop. Die hat hier auf dem Kopf so eine Kappe auf und so eine Sonnenbrille und ich finde das Skin auf jeden Fall echt verdammt gut. Und dann ist hier noch der Sichelschläger und das ist ja die Hacke die ein halber Baseballschläger ist und eine halbe Sichel. Und hier kann ich nochmal ganz kurz den Ton zeigen. Ja hört sich halt so an wie die Sense und deswegen ist die Hacke echt verdammt gut. Und zu guter Letzt ist hier das Faustjubel-Emote. Ja der freut sich auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall auch das Emote hier. Und somit war es das auch schon mit dem Shop vom heutigen Tag. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.